Musik 1006 in der Nähe des Flusses Regnitz. Dichter, undurchdringlicher Wald. Voller Gefahren. Wilde Tiere, Räuber oder feindlich gesinnte Nachbarn, wie die heidnischen Slaven. Wer in den Wald geht, tut das nicht zum Vergnügen. Der hat schon einen guten Grund, für den es sich lohnt, seine Angst zu überwinden. Denn die Angst sitzt tief. Musik Starte! Der Schrei eines Keuzchens gilt als unheilbringend. Im dichten Wald ist es kaum auszumachen, ob Freund oder Feind kommt. Wer so gekleidet ist wie die Reiter, ist allemal der Herr. Herr über Wohl und Wehe, Leben und Tod. Also ist es besser, sich zu verstecken. Nicht entdeckt zu werden. Musik Waffenstarrende Reiter wie diese verbreiten meist Unheil. Wo sie erscheinen, bringen sie Krieg, Tod und Hunger ins Land. Fremde morren und plündern. Aber auch der eigenen Herrschaft ist nicht zu trauen. Der einfache Mann ist diesen bewaffneten Reitern schutzlos ausgeliefert. Für ihn sind sie ein nicht endender Albtraum. Musik So sehen sie aus. Die Vorboten des jüngsten Gerichts. Die apokalyptischen Reiter der Bibel. Musik Sie sind kampferprobt und gut gerüstet. Aber auch die Reiter haben Angst. Ihre Nerven sind zum Bersten gespannt, bereit, jeder Gefahr zu begegnen. Sie haben es eilig. Ihr Anführer heißt Eberhard. Seit Stunden ist er mit seinen Männern unterwegs. Noch vor Sonnenuntergang will er das Ziel, das Hochufer jenseits der Regnitz, erreichen. Seine Mission duldet keine Verzögerung. König Heinrich II. selbst hat ihn beauftragt, hier ganz in der Nähe eines der größten Projekte des Jahrhunderts zu verwirklichen. Ein neues Bistum und eine ganze Stadt soll Eberhard für seinen Herrscher errichten. Musik Hier im Osten des Reichs ist das Ende der christlichen Welt. Eine Straße, die von Süden nach Nordwesten verläuft und wichtige Teile des Reiches miteinander verbindet, ist weitgehend ungeschützt den Überfällen der heidnischen Slaven ausgeliefert. Nun soll ein neues Bistum, ein Grenzbistum der Gegend Sicherheit und Glauben bringen. Auf dem Areal der alten Babenburg, hoch über einer Furt der Regnitz, soll die neue Stadt entstehen. Der Plan ist groß, von Anfang an. Was Eberhard hier auf Geheiß seines Königs Heinrich II. errichten soll, ist mehr als nur ein Dom, ein Kloster oder eine Burg. Was hier entstehen soll, ist eine Gottesburg. In gewaltigen Dimensionen. Der Bauplatz, hoch über der Regnitz mit einer Straße gegenüber durch eine Furt verbunden, ist gut gewählt, doch viel zu klein. Die alte Babenburg mit ihrem Ringwall wird abgerissen, doch ihr Fundament wiederverwendet. Hier soll ein Ort des Guten entstehen, wo Priester und Mönche in Gemeinschaft zusammenleben und beten, zur Brume Gottes und für das Seelenheil der Menschen. Diese fromme Vision soll Eberhard für seinen König hier wahr werden lassen. Auf Eberhard kann sich König Heinrich verlassen. Er ist sein bester Mann. Natürlich ist er adelig, hochgebildet, denn er ist Priester. Er kennt sich aber auch in weltlichen Geschäften aus. Seit Jahren leitet er die königliche Kanzlei, führt gewissenhaft und loyal jeden Befehl aus. König Heinrich weiß, wen er da nach Bamberg schickt. Eberhard macht sich den königlichen Befehl zu eigen. Hier soll ein Ort des Guten entstehen. In diese Welt von Bosheit, Sünde und Verzweiflung will er ein mächtiges Zeichen des Glaubens stellen, einen Hort errichten, der Sicherheit und Hoffnung verbreitet. Die Dombaustelle ist noch ganz am Anfang. Doch die Zeit drängt. Denn der Bau muss fertig werden. Und zwar so schnell wie möglich. Warum diese Eile? Wollen Eberhard und Heinrich sicherstellen, dass sie die Vollendung noch erleben? Das auch. Vor allem aber soll der Bau fertiggestellt sein, bevor das Ende der Welt ist. Für die Menschen des 11. Jahrhunderts steht dieses Ende unmittelbar bevor. So viel ist sicher. Im Buch der Bücher steht es geschrieben, nach 1000 Jahren ist das Ende aller Zeiten gekommen. Beim jüngsten Gericht werden die Menschen an ihren Taten gemessen werden. Wohl dem, der glaubt und der davon Zeugnis ablegen kann. Denn der wird gerettet werden. Daher die große Eile. Deshalb die großen Mühen und die Sorgfalt in jedem Detail. Vorausschauendes Planen, da ist Eberhard in seinem Element. Vieles muss gleichzeitig bedacht und in einen sinnvollen Ablauf gebracht werden. Der Abraum der alten Burg muss weggeschafft werden, die Steine des Baus rechtzeitig zur Stelle sein. Eberhard wird schnell klar, dass hier vor allem Arbeitskräfte fehlen. Vom Handlanger bis zum Spezialisten. Aber hatten die Arbeiter und Aufseher auf der Dombaustelle überhaupt eine Vorstellung von dem, was sie da bauen? Architekturzeichnungen und statische Berechnungen gibt es noch nicht. Was es gibt, sind solche Wachstafeln. Die sind nicht sehr genau. Trotzdem wissen die Bauleute im 11. Jahrhundert, was sie tun. Sie beherrschen das Einmaleins der Baukunst ihrer Zeit. Dem ganzen Bau liegt eine Längeneinheit zugrunde, von der alle anderen Maße abgeleitet werden. Im Zentrum des Baus wird ein Quadrat gesetzt. An diese Vierung schließen sich an allen Seiten weitere, gleich große Quadrate an, die dann Langhaus, Querhaus und Choraum ergeben. Die beiden Seitenschiffe sind exakt halb so breit. Der Anzahl der Quadrate kommt dabei symbolische Bedeutung zu. Eins ist Gott, zwei sind die beiden Tafeln Moses, drei sind Vater, Sohn und Heiliger Geist, fünf sind die fünf Gebote der Kirche, sieben Sakramente, zehn Gebote Gottes und so weiter. Messstab und gleichschenkliges Dreieck sind unverzichtbare Hilfsmittel auf der Bamberger Dombaustelle. Frau Janne, wenn ich jetzt der Fürst bin und Sie sind mein Baumeister und ich sage, da bauen Sie mir jetzt einen Turm hin, wie fangen Sie an? Zunächst muss ich mal schauen, was am Boden überhaupt ist. Das heißt, ich werde versuchen, eine Ebene zu machen. Dazu brauche ich viele Leute, die das abkramen. Schaufel, Krampen, Körbe. Und dann kann ich erst einmal weiterschauen, wie ich einmesse, wie mein Gebäude wirklich ausschauen wird. Gut, aber das macht ja die Ebene noch nicht planen, wenn wir uns überlegen, es soll plan sein. Ich habe als Haupthilfsmittel die Schwerkraft. Ich kann die Setzwaage nutzen, ein Lot, das an einer Waage befestigt ist, mir dadurch auch eine horizontale angeben kann. Und das da ist so eine Setzwaage. Das ist so eine Setzwaage. Probieren wir es mal aus. Das heißt, wann ist das unten etwa plan? Wenn das Lot senkrecht hinunter geht, ich habe hier die Markierung, die mir zeigt, ob diese Linie, die horizontale, eben ist. Wenn man es mal festgelegt hat, weiß man immer noch nicht, ob der Untergrund auf etwas taugt. Das war im Mittelalter das große Problem. Die Menschen des Mittelalters haben hineingegraben, haben geschaut, wie ist der Boden beschaffen und dementsprechend mussten die Fundamente ausgeprägt werden. Das Beste war natürlich Fels. Wenn jetzt Sand, Kies oder gar Ton darunter war, dann musste man die Fundamente stärker, breiter bauen. Immer mehr Männer treffen auf der Baustelle ein. Allein kann Eberhard dieses Projekt nicht mehr steuern. Popo wird seine rechte Hand. Ein Grafensohn, der nach der Domschule nun praktische Erfahrung gewinnen soll, um später einmal Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Steine kommen aus weit entfernten Steinbrüchen. Auf Kähnen den Main hinab, die Regnitzfluss aufwärts, dann auf Ochsenkarren den Berg hinauf zur Baustelle müssen sie herangeschafft werden. Treffen sie auch rechtzeitig ein, damit den Maurern die Steine nicht ausgehen. Wird genügend gebrannter Kalk eingeschlemmt für den Mörtel. Alles könnte schneller und besser abgestimmt geschehen. Doch dazu reichen die Mittel nicht. Woher aber sollen diese Mittel kommen, wenn nicht vom König? Dieser hat seinen Besuch angekündigt. Was er vorfinden wird, soll, darf ihn nicht enttäuschen. Doch soll er selbst am besten darauf kommen, woran es für Bamberg noch fehlt. Heinrich II. ist mit seiner Gemahlin Kunigunde nach Bamberg gekommen, um dort der Weihe des Ecksteins beizuwohnen. Dieser besonders sorgfältig behaune Stein hat nicht nur eine tragende Funktion, er ist ein Symbol, ein Symbol für Jesus Christus. Denn in Petrus Brief steht geschrieben, der Herr selbst ist jener geheimnisvolle Stein, der zum Eckstein geworden ist und den gesamten Bau trägt. Eine gelungene Feier und daher so wichtig. Vor alle Augen und im Angesicht Gottes hat Heinrich bewiesen, dass er das Richtige tut und in der rechten Überzeugung. Ein Etappensieg, wenn man so will, auf dem Weg zur himmlischen Seligkeit. Aber auch in politischer Hinsicht bekommt Heinrich, was er will. Ein neues Bistum mit einem Vertrauten an der Spitze hilft ihm, sein Reich zu regieren. Den Verwandten Heinrichs ist die Gründung Bambergs ein Dorn im Auge. Das kinderlose Königspaar hat einen Großteil des Erbes der Kirche und dem Bistum Bamberg geschenkt und damit der Familie entzogen. Königin Kunigunde stiftet sogar ihr Brautgut. Das ist so eine Art Witwenversorgung. Witwenversorgung. Doch Bamberg ist nur Teil eines noch größeren Plans. Hier auf der Burg Bad Abach wird Heinrich der Zweite 973 als Sohn des bayerischen Herzogs geboren. Und wird nach dem Tod des Vaters selbst Herzog von Bayern. Das reicht ihm aber nicht. Als König Otto III. kinderlos stirbt, hält Heinrich als nächster Blutsverwandter sich für den legitimen Nachfolger. Damit er nun König werden kann, braucht er die Reichsinsignien. Das Reichsevangeliar und das Reichsschwert bringt er durch eine List an sich. Und später, durch Erpressung, auch noch die heilige Lanze. Heinrich ist redegewandt, gibt sich generös, macht Versprechungen, scheut aber auch vor Drohungen und Verrat nicht zurück, bis er endlich die Mehrheit der Großen im Reich hinter sich versammeln kann und rechtmäßig zum König gekrönt werden kann. Der Zweck heiligt alle Mittel. Und Heinrichs Zweck ist die Königsherrschaft. Trotz des glanzvollen Festes ist Heinrich ungehalten. Zu langsam nimmt der Bau Gestalt an. Er sieht ein, dass Eberhard recht hat. Er muss mehr investieren. Und wieder tut Heinrich, was er schon so oft getan hat. Er übermacht dem Bistum weitere Ländereien, Güter, Klöster, Liegenschaften, weit verstreut, wo immer er die Verfügungsgewalt darüber hat. Künftig müssen diese Ländereien mit ihren Höfen und Mühlen, mit allen dort lebenden Unfreien und anderweitig Abhängigen, durch den Ertrag ihrer Arbeit und ihrer Abgaben zum Bau und Unterhalt Bambergs beitragen. Ich überschreibe euch, Stein am Rhein, mit allen Ländereien, Wäldern und Gehöften. Popo muss die Urkunden aufsetzen, die Eberhard dann unterschreibt und Heinrich mit seinem königlichen Siegel versieht. Damit werden Heinrichs Entscheidungen Gesetz. Hier im Bamberger Staatsarchiv wird ein Teil dieser Urkunden verwahrt. Sie haben fast 1000 Jahre überdauert. Musik So, machen wir die Handschuhe anziehen. Das ist 1007, 1. November. Die Schenkung des Kloster Stein am Rhein, das ist bei Schaffhausen. Was ist das für Material? Das ist Pergament, Häute von Ziegen oder von Schafen. Staatsverträge sind manchmal auf Hundehäuten geschrieben worden, weil Hunde nicht schwitzen, die haben ein besonders schönes Leder. Das fängt also an mit dem Chrismon hier oben, das ist dieses Christuszeichen und einer ersten Zeile mit verlängerten Buchstaben, die Elongata. Und hier unten ist es dann das Eschatokoll, Signum Domini Heinriti heißt es, also Zeichen des Herrn Heinrich, Regis Invectissimi, des unbesichtbarsten Königs. Und das Besondere an dieser Angelegenheit ist das, dass hier der Vollziehungsstrich des Kaisers, der Kaisers hat also einen Strich machen müssen, fehlt. Das wäre dieser H-Balken. Ach so, der fehlt hier? Ja, überraschenderweise. Haben Sie vergessen? Haben Sie vergessen. Die Urkunde ist nicht ungültig deswegen. Und auf der anderen Urkunde ist er drauf? Da ist er drauf. Und das können wir uns jetzt mal anschauen. Ja. Das ist jetzt die Urkunde über die Schenkung des Gutes Forchheim an das Bistum Bamberg. Und Sie sehen hier bei dem Monogramm diesen waagrechten Balken. Tatsächlich. Heinrichus. Und das ist dann ausgeführt und hier fehlt er. Hier steht also dann Contulimus Prædium Forchheim Dictum, also wir übergeben das Gut Forchheim in Paco Rathensgauvi, also im Rathensgau, mit allen, was dazugehört. Dörfern, Häusern, Knechten, Mägden, Mobilien, Immobilien, bestelltes und unbestelltes Land und die Einkünfte. Und an wen ist es genau übergeben? Eine Person? Und an den Eberhardus, hier steht Primus, also den Delectus Eberhardus Primus, den ersten Bischof von Bamberg, ist es übergeben worden. Heinrich hatte den Bischöfen von Würzburg und Eichstätt, die seit Jahrhunderten hier die geistliche Oberhoheit ausübten, sein neues Bistum Bamberg regelrecht abgetrotzt. Heinrich stattet Bamberg mit ganzen Grafschaften aus. Mit Orten in Schwaben, entlang des Rheins, in Kärnten und Sachsen. Stein am Rhein, die Alte Kapelle in Regensburg, Hallstatt in Tirol und die Königspfalz Forchheim erhalten den Bischof von Bamberg zu ihrem neuen Herrn. Das Land ist leer im 11. Jahrhundert in Bayern. Nur etwa zweieinhalb Menschen leben auf der Fläche von einem Quadratkilometer. Heute sind es 177. Im Gebiet des heutigen Bayern mögen nicht mehr als 170.000 Menschen gelebt haben. Innen und Bamberg waren es vielleicht 10.000. Aber gerade damals kommen die Dinge in Bewegung. Es wird wärmer. Was immer angebaut wird, bringt mehr Ertrag. Ein neuartiger Eisenpflug zieht nicht nur Furchen in die Äcker, sondern bricht die Krume auf und wendet den Mutterboden. Die Kraft dazu kommt aus dem neuen Kummet, einer Art Schultergestell. Mit ihm lässt sich die Kraft der Zugtiere, Ochsen und von jetzt zunehmend an auch Pferde viel besser auf den Pflug übertragen. Die Landbevölkerung wächst. Die Herren, Klöster und Adel gingen dazu über, den Unfreien ein Stück Land und Rodungsflächen auszuleihen. Gerade so viel, dass sie es selbst bewirtschaften und davon leben konnten. Es hat sich gezeigt, dass auf diese Weise der Ertrag zu steigern war. Und auch wenn die Unfreien weiter auf dem Hof des Herrn, dem Frohnhof, arbeiten mussten, so konnten sie sich jetzt doch etwas eigenes aufbauen und sogar heiraten. Was ihnen ohne den Besitz einer solchen Kleinparzelle nicht erlaubt war. Eine Hufe genannte bäuerliche Kleinparzelle ist der Lebensraum der meisten Menschen. Alles lebt eng beieinander, die Menschen und das Vieh. Jeder und jedes hat seine Aufgabe, muss seinen Beitrag leisten für das Überleben. Auch die Kinder müssen früh mit anpacken. Mit sieben Jahren gelten sie als vollwertige Arbeitskraft. Untätig sein darf keiner. Zu keiner Zeit. Wenn keine Unwetter, Trockenheit oder Brandschatzen in Krieger kommen, dann liegt der Ertrag im 11. Jahrhundert bei ungefähr drei Gerstenkörnern pro Saatkorn. Das heißt, eines sät man und drei kann man ernten. Im Frohnherrn stand die Hälfte zu. Die Kirche hatte Anspruch auf den Zehnten. Aus Sorge um das eigene Seelenheil spendete man noch zusätzlich an fromme Einrichtungen. Ein Teil des Korns musste zurückgelegt werden für die nächste Aussaat. Das Vieh, so man denn eigenes hatte, musste auch gefüttert werden. Für einen Teil der Ernte musste man Werkzeuge und Gerätschaften anschaffen. Und was dann noch übrig blieb, das reichte nie. Spätestens im Januar waren die Vorräte aufgebraucht. Und dann begann der große Hunger. Jedes Jahr. Bis im März die ersten Pflanzen und Kräuter das Überleben sicherten. Selbst einteilen darf der unfreie Bauer seine Arbeit nicht. Vier Tage in der Woche leistet er Frohn-Dienst. Zuallererst müssen die Felder des Frohnherrn bestellt sein. Nur zwei Tage bleiben, um die eigene Parzelle zu bewirtschaften. Manchmal darf er sich vom Frohnhof ein Pferd leihen für die Feldarbeit. Kommt ein hoher Herr in die abgeschlossene Welt des Frohnhofes, verheißt das meist nichts Gutes. Rund 95 Prozent der Bevölkerung lebt so. Den Ertrag ihrer Arbeit nehmen sich zum größten Teil Adel und Klerus. Und nach deren Vorstellung ist es auch nur recht und billig. Denn der Klerus sorgte für das Gebet und den geistlichen Beistand, während der Adel die Kämpfer Schutz und Sicherheit boten. So habe jeder auf Erden seinen Platz und seine Aufgabe in der Gesellschaft. Das Modell täuscht die Gleichheit der drei Gesellschaftsgruppen jedoch nur vor. Der Bauer und seine Frau sind eine Schicksals-, eine Überlebensgemeinschaft. Nur gemeinsam können sie das Feld bestellen. Sie wissen, dass sie sich beeilen müssen. Der hohe Herr auf dem Frohnhof hat bestimmt nicht nur nach dem Rechten geschaut, sicher hat er Befehle des Bischofs mitgebracht. Befehle, die der Frohnherr auszuführen hat. Und denen die Bauern zu folgen haben, ohne Widerspruch. Denn es geht um den Dom. Immer öfter holen die Knechte des Frohnherrn die Bauern von ihren Feldern. Sie werden auf der Baustelle gebraucht. Sie müssen aushelfen beim Transport der Steine und Baumstämme, damit den Bauleuten das Material nicht ausgeht und der Bau nicht ins Stocken gerät. Aus der Dombaustelle ist mittlerweile eine Großbaustelle geworden. Die besten ihres Handwerks sind hier versammelt. Schmiede, Seiler, Maurer, Zimmerleute und natürlich Steinmetze. Aus Hildesheim und anderen großen Bauhütten hat Poppo diese Spezialisten im Auftrag Eberharz und mit ausdrücklicher königlicher Genehmigung nach Bamberg geholt. Gekommen sind sie sicher nicht nur der Ehre wegen. Aber sie sind ihr Geld wert. Auch unter Zeitdruck dürfen sie nicht nachlässig werden. Bestimmt hohe Präzision ihre Arbeit. Die Gerüste wachsen und mit ihnen der Dom. Das östliche Querhaus ist bereits unter Dach. Die Wände des Langhauses wachsen stetig. Der Heinrichsdom nimmt langsam Gestalt an. Hunderte von Menschen, Bauarbeiter, Zimmerleute, Steinmetze, Fuhrleute mit ihren Ochsenkarren sind hierher befohlen worden. Die brauchen alle einen Platz zum Schlafen. Die brauchen gute Verpflegung und die brauchen ausreichend Baumaterial. Eine Riesenunternehmung in dieser Wildnis. Das Behauen der Steine und ihr Transport hin zu dem Platz, an dem sie vermauert werden sollen, ist Schwerstarbeit. Unter den Augen des Bauherrn traut sich niemand, es ruhiger angehen zu lassen. Wann immer es seine Zeit zulässt, ist Eberhard vor Ort, auf seiner Baustelle. Er ist zufrieden mit dem, was er sieht. Was hier seiner Vollendung entgegen geht, rechtfertigt den hohen Aufwand. Der Dom, dieses Abbild des himmlischen Jerusalems, soll das Zentrum des neuen Bistums werden. Ein Ort des Heiligen, der Wildnis abgetrotzt. Ein gewaltiges Bauwerk in einer Welt am Rande des Überlebens. Allein für den Dom, das haben Fachleute ausgerechnet, sind das 80.000 Kubikmeter Steine. Und die müssen auf Ochsenkarren zur Baustelle gebracht werden. 50.000 Fuhren allein für den Dom. Die Stille der unendlichen Wälder durchfährt das Schlagen von Äxten, das Knarren fallender Bäume. Das Holz wird benötigt als Baumaterial und Brennstoff. Auf den Rodungsflächen können neue Hofstellen entstehen. Am Waldrand hüten die Kinder der Bauern tagsüber Schafe oder Ziegen, die zum Melken auf den Fronhof geführt werden müssen. In den Wäldern, da jagen die Herren. Die Jagd ist ihr Privileg. Niemand sonst darf dem Wild nachstellen, dass es in den Wäldern im Überfluss gibt. Von Jugend an üben sich die Adeligen in der Kunst, das Wild zu jagen. Sie alle sind vom Jagdfieber gepackt. Das Weidwerk ist ihr liebster Zeitvertreib. Stunden, ganze Tage verbringen sie im Sattel, folgen sie ihren Hunden auf der Fährte eines Hirschen oder Wildschweins. Nach dem Melken muss der Hütebube die Ziegen in ihr Gatter auf der Hufe zurückbringen. Morgen wird er sie dann wieder zum Waldrand führen. Weiter in den Wald hinein traut er sich nicht. Zu leicht könnte ein Tier verloren gehen. Nicht auszudenken, wenn sie dem Frohnherrn einen solchen Schaden ersetzen müssten. Die Jagd der Herren ist nicht nur Zeitvertreibung. Mehr als ein Spiel ist sie Vorbereitung für den Ernst des Kampfes. Schnelligkeit, Ausdauer, Körperbeherrschung, Wendigkeit und Handhabe der Waffen. Eigenschaften und Fähigkeiten, über die jeder Krieger verfügen muss, werden durch die Jagd eingeübt und verinnerlicht. Werden zur zweiten Natur der Krieger. Wer in der Jagd besteht, der genießt hohes Ansehen in einer Welt, in der ständig und überall Gefahren lauern können. Erleichterung und das wohlige Gefühl körperlicher Ermattung am Ende eines langen Tages überkommt die Jäger. Kaum Schöneres lässt sich denken, als so ein Jagdtag unter seinesgleichen. Es ist sehr still auf dem Hof, als der Sohn vom Ziegenhüten zurückkommt. Viel zu still. Musik Das Kind ist gestorben. Im 11. Jahrhundert nichts Besonderes. Ein Drittel aller Neugeborenen wird nicht mal vier Jahre alt, gerade mal die Hälfte erreicht das zwölfte Lebensjahr. Die Erwachsenen können sich mit ihren Gefühlen nicht zu sehr an die kleinen Kinder binden. Sie sind bestimmt nicht gefühllos. Aber im dauernden Angesicht des Todes müssen die Familien zu einer Art Ökonomie der Gefühle finden. Musik Nur jeder Zehnter erreicht ein Alter von 60 Jahren. Die Endlichkeit des Lebens wird ihnen tagtäglich vorgeführt. Musik Die Jagdgesellschaft des Bischofs ist auf dem Weg zurück nach Bamberg zur Hufe gekommen, um die Pferde zu trinken. Alle auf dem Hof müssen der Herrschaft zu Diensten sein. Niemand braucht den unfreien Bauern zu sagen, was zu tun ist. Jeder weiß, was er der Herrschaft schuldig ist und kennt seinen Platz in der Welt. Musik Nicht eine Sekunde wagt einer der Bauersleute daran zu denken, jemanden aus der Jagdgesellschaft, etliche Priester, sogar ein Bischof darunter, um den Segen für das tote Kind zu bitten. Musik Die Hufe? Ein willkommener Aufenthalt, nichts weiter. Die Menschen, die darauf leben, interessieren die Jäger nicht. Sie nehmen sie nicht einmal wahr. Es gibt sie, die Unfreien, in ihrem Schmutz und ihrer Grobheit. Mit ihrer Welt, der Welt des Adels und der hohen Geistlichkeit verbindet diese armen Teufel nichts. Sie haben zu dienen und zu gehorchen. Nach einer Viertelstunde ist alles vorbei. Die Jagdgesellschaft bricht auf nach Bamberg. Der Hufenbauer und seine Familie sind wieder allein in ihrer Welt. 13 Jahre nach der Grundsteinlegung ist der Dom fertiggestellt. Weithin sichtbar beherrscht er die Kuppe des Hügels hoch über der Regnitz. Doch dieser und ein Nachfolgebau werden bald durch Brand zerstört. An ihrer Stelle erhebt sich heute ein dritter, jetzt viertürmiger Bau. Die Krypta ist der einzige Raum, der vom ursprünglichen Bamberger Heinrichsdom erhalten geblieben ist. Halb unter der Erde gelegen ist der nicht nur letzter Zufluchtsort in unruhigen Zeiten. Die Krypta war vor allem sicherer Aufbearungsort und kostbar ausgestatteter Schrein für das Wichtigste. Heilige Reliquien und vor allem die heiligen Bücher, unendlich reich gestaltet. Diese Bücher waren aber nicht zum Lesen oder Vorlesen gedacht. In ihnen ist das Wichtigste überhaupt enthalten, das Wort Gottes, die Heilsbotschaft. In diesen Büchern ist Gott gegenwärtig. Und das allein macht sie so kostbar. Eines dieser Bücher ist die Bamberger Apokalypse. Mönche der Insel Reichenau haben es am Ende des 10. Jahrhunderts geschrieben und mit Miniaturen versehen. König Heinrich hat es dann seinem Bistum Bamberg geschenkt. Und hier in dieser Krypta wurde es möglicherweise aufbewahrt. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große. Eine Wohnung der Dämonen. Eine Zuflucht für allerlei unreine Geister. Eine Zuflucht für unreine und verhasste Vögel ist sie geworden. Das Buch enthält die Offenbarung des Johannes. Also jenen Teil der Bibel, der sich mit den letzten Dingen beschäftigt. Apokalypse heißt ja eigentlich den Schleier wegziehen. Gemeint ist der Schleier, der die Zukunft verhüllt. Gott lässt also Johannes einen Blick in die Zukunft tun und dieser berichtet vom Ende der Welt. Und von dem, was danach kommt. Dem Kampf Satans gegen Gott. Am Anfang der Endzeit stehen die vier apokalyptischen Reiter. Der erste Reiter ist Christus selbst, auf seinem Siegesritt. Begleitet wird er von drei dunklen Rittern. Der zweite Reiter ist der Krieg, der dritte der Hunger, der vierte der Tod. Diese Reiter verkörpern all das Unheil, das immer wieder über die Menschen hereinbricht. Und das im 11. Jahrhundert jeder kennt. Ein Hinweis, dass das Weltenende gekommen ist. Der Tod ist nur das Ende des irdischen Lebens. Ob die Seele Folterquallen ausgesetzt wird oder himmlische Wonnen erfährt, diese Entscheidung fällt beim jüngsten Gericht. Gott beurteilt dann die Taten jedes Einzelnen. Er entscheidet über ewiges Leben im Himmel oder die ewige Verdammnis in der Hölle. Die Miniaturen der Bamberger Apokalypse erfassen ihre Figuren am dramatischen Höhepunkt ihres Tuns. Die Augen und Hände sind stark vergrößert. Blicke und Gesten sollen deutlich machen, worauf es ankommt. Die Bilder zeigen, dass die Künstler sich eine Vorstellung von dem gemacht haben, was die Dargestellten bewegt. Was in ihnen vor sich gehen mag. Das ist kraftvoll und neu. Die Erkenntnis der Künstler, dass der Mensch fähig ist, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Und es hat eine unglaubliche Wirkung. Der Betrachter ist direkt angesprochen. Er kann sich dem Gezeigten nicht entziehen. Die Angst vor dem jüngsten Gericht darf nicht lähmen. Sie kann im Gegenteil zu unglaublichen Anstrengungen und Leistungen beflügeln. Die Belohnung ist groß. Und Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen von Gott, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und er hörte eine mächtige Stimme vom Throne her, die rief, siehe, Gottes Wohnung unter den Menschen. Am Ende der Apokalypse und als höchstes Ziel im Glauben steht das Leben im himmlischen Jerusalem. In der Karwoche 1020 bereitet sich Bamberg auf das große Fest vor. Der Kaiser und der Papst werden gemeinsam das Osterfest feiern. Zum ersten Mal seit 150 Jahren reist ein Papst persönlich ins Reich. Am Gründonnerstag wird Benedikt VIII. mit großem Gefolge in Bamberg eintreffen. Popo hat die Aufsicht über die Vorbereitungen. Nichts wird er dem Zufall überlassen. Die wichtigsten Bischöfe und Großen des Reiches sind gekommen, um gemeinsam mit Kaiser und Papst das Fest der Auferstehung des Herrn zu begehen. Dass es bei diesem Treffen in Bamberg auch um Interessenpolitik gehen wird, ist jedermann bewusst. Popo kennt die hohen Gäste, vor allem deren Gefolge. Sie sind Freunde, gemeinsam haben sie die Domschule in Hildesheim besucht, haben als Kapelan Dienst in der Königlichen Kanzlei getan. Allesamt sind sie potenzielle Anwärter auf einen Bischofsstuhl, rekrutiert aus gerade einmal 170 Familien des Reiches. Sie haben eine Zukunft. Sie sind die Zukunft. Papst Benedikt VIII. kommt nach Bamberg, weil er die Hilfe Heinrichs in Italien benötigt. Umgekehrt sucht auch Heinrich nach Sicherheit für seine Neugründer in Bamberg. Und indem er nun das Bistum dem Papst schenkt, entzieht er es den Versuchen seiner Widersacher, das Bistum nach seinem Tod aufzulösen. Das Bistum muss erhalten bleiben, damit die Erinnerungen an ihn wach bleiben. Die Angst davor vergessen zu werden. Die Angst davor, dass die guten Taten vergessen werden und dass es keinen Menschen mehr gibt, der für sein Andenken betet. Auch das ist eines der Motive Heinrichs für die Gründung Bambergs. Wenn aber jetzt Heinrich davon ausgeht, dass das nach seinem Tod bis zum Weltenende noch ein bisschen dauern könnte. Wenn er also die Möglichkeit in Betracht zieht, dass sogar er vergessen werden könnte. Hat sich dann nie was verändert? Die Zukunft tritt als Möglichkeit ins Kalkül. Die Vorstellung einer Zeit vor der Ewigkeit hier auf dieser Welt, für die sich vielleicht sogar zu leben lohnt. Heinrich weiht Eberhard in seine Pläne ein. Der erste Bischof Bambergs erfährt, dass es seinem kaiserlichen Herrn und Gönner nicht nur um die Festigung des Glaubens, um die Macht des Guten allein geht, sondern auch um seine Macht hier auf Erden, die er einsetzen will für sein persönliches Seelenheil. Für Popo macht das keinen Unterschied. Was anderes als Gottes Willen vollzieht ein von Gott eingesetzter Kaiser. Dieser Prunkmantel ist ein Geschenk. Heinrich bekommt den Sternenmantel zum Osterfest. Wer solche Geschenke macht, führt mehr im Schilde. Der Mantel macht seinen Träger zum Herrn des Kosmos. Die lateinische Inschrift am Saum lautet, Heil sei dir, du Zier der Europas, Kaiser Heinrich. Im Klartext heißt das, Heinrich soll dem Papst in Italien militärische Hilfe leisten und ihn gegen die Ostkirche unterstützen. Dafür lässt der Papst Kaiser Heinrich nördlich der Alpen freie Hand. Heinrich hat den Sternenmantel wahrscheinlich nie getragen. Er hat ihn seiner Domkirche zu Bamberg geschenkt. Damit verändert er die Bedeutung des Mantels in seinem Sinne. Heinrich legt vor alle Augen sein Kaisertum in die Hände Christi zurück, für die Bamberg stellvertretend ist. Sein Ziel hat er ohne dies erreicht. Der Papst ist zu ihm nach Bamberg gekommen. Benedikts Besuch ehrt ihn und seine Gründung Bamberg gleichermaßen. Heinrich tut sein Äußerstes, um den Bestand seiner Gründung zu sichern. Er schenkt Bamberg dem Papst, unterstellt es damit päpstlichem Schutz. Niemand wird es wagen, päpstliches Eigentum anzuzweifeln, gar anzutasten. Heinrich sichert damit sein Bamberg für die Zeiten, in denen er selbst es einst nicht mehr wird schützen können. Dafür bewundert Popo seinen Kreiser. Eberhard ist am Ziel seiner Wünsche angelangt. Gott hat eine neue Wohnstadt unter den Menschen. Von hier aus wird fortan Gottes Wort ausstrahlen in die rohe, heidnische Wildnis ringsum. Bamberg wächst weiter. Neben dem Dom entstehen St. Stephan, das Kloster St. Michael, St. Jakob und auf dem anderen Ufer der Regnitz St. Gangolf. Kaiser Heinrich erlebt das nicht mehr. Er stirbt 1024, vier Jahre nach dem denkwürdigen Osterfest. Unter Heinrichs Nachfolger Konrad II. geht Eberhards Einfluss zurück. Anfangs misstraut der Saal ja einem so engen Vertrauten seines Vorgängers. Mit der Zeit aber erweist sich Eberhard auch dem neuen Herrscher als zuverlässiger Diener. Der Osten des Bistums bleibt unruhig. Die nur oberflächlich befriedeten Westslaven erheben sich immer wieder gegen ihren Herrn. Wieder und wieder muss Eberhard im Namen Gottes und zum Schutz seines Bistums zum Schwert greifen und damit das einmal begonnene Werk fortsetzen. Er stirbt 1040. Wohin es führt, wenn man erst einmal anfängt, das ist die Geschichte Bambergs. Tausend Jahre ist es her, dass das Schlagen der Äxte und das knarrende Splittern fallender Stämme die Stille der Wildnis zerrissen. Aus der Überwindung der Angst wächst langsam doch stetig eine Zukunft und die Hoffnung, dass das Leben sich zu leben lohnt. Aus der Überwindung der Stimme des Bistums Hinter sich versammeln kann und rechtmäßig zum König gekrönt werden kann. Der Zweck heiligt alle Mittel und Heinrichs Zweck ist die Königsherrschaft. Trotz des glanzvollen Festes ist Heinrich ungehalten. Zu langsam nimmt der Bau Gestalt an. Er sieht ein, dass Eberhard recht hat. Er muss mehr investieren. Und wieder tut Heinrich, was er schon so oft getan hat. Er übermacht dem Bistum weitere Ländereien, Güter, Klöster, Liegenschaften, weit verstreut, wo immer er die Verfügungsgewalt darüber hat. Künftig müssen diese Ländereien mit ihren Höfen und Mühlen, mit allen dort lebenden Unfreien und anderweitig Abhängigen, durch den Ertrag ihrer Arbeit und ihrer Abgaben zum Bau und Unterhalt Bambergs beitragen. Ich überschreibe euch Stein am Rhein, mit allen Ländereien, Wäldern und Gehöften. Popo muss die Urkunden aufsetzen, die Eberhard dann unterschreibt und Heinrich mit seinem königlichen Siegel versieht. Damit werden Heinrichs Entscheidungen Gesetz. Hier im Bamberger Staatsarchiv wird ein Teil dieser Urkunden verwahrt. Sie haben fast 1000 Jahre überdauert. Musik 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 Das ist 1007, 1. November. Die Schenkung des Klosters Stein am Rhein, das ist bei Schaffhausen. Was ist das für Material? Das ist Pergament, heute von Ziegen oder von Schafen. Staatsverträge sind manchmal auf Hundehäuten geschrieben worden, weil Hunde nicht schwitzen, die haben ein besonders schönes Leder. Das fängt also an mit dem Chrismon hier oben, das ist dieses Christuszeichen. Und einer ersten Zeile mit verlängerten Buchstaben, die Elongata. Und hier unten ist es dann das Eskatokoll, Signum Domini Heinritzi heißt. Und das Besondere an dieser Angelegenheit ist das, dass hier der Vollziehungsstrich des Kaisers, der Kaiser hat also einen Strich machen müssen, fehlt. Das wäre dieser H-Balken. Ach so, der fehlt hier. Ja, überraschenderweise. Haben Sie vergessen. Haben Sie vergessen. Die Urkunde ist nicht ungültig deswegen. Und auf der anderen Urkunde ist sie aber drauf. Und das können wir uns jetzt mal anschauen, ja. Das ist jetzt die Urkunde über die Schenkung des Gutes Forchheim an das Bistum Bamberg. Und Sie sehen hier bei dem Monogramm diesen waagerechten Balken Heinrikus und das ist dann ausgeführt und hier fehlt er. Hier steht also dann Kontulimus Prædium Forchheim Dictum, also wir übergeben das Gut Forchheim in Paco Rathensgauvi, also im Rathensgau mit allen, was dazu gehört. Dörfern, Häusern, Knechten, Mägden, Mobilien, Immobilien, bestelltes und unbestelltes Land und die Einkünfte. Und an wen ist es genau? Und an den Eberhardus, hier steht Primus, also den Delectus Eberhardus Primus, den ersten Bischof von Bamberg, ist es übergeben worden. Heinrich hatte den Bischöfen von Würzburg und Eichstätt, die seit Jahrhunderten hier die geistliche Oberhoheit ausübten, sein neues Bistum Bamberg regelrecht abgetrotzt. Heinrich stattet Bamberg mit ganzen Grafschaften aus, mit Orten in Schwaben, entlang des Rheins, in Kärnten und Sachsen. Stein am Rhein, die alte Kapelle in Regensburg, Hallstatt in Tirol und die Königspfalz Forchheim erhalten den Bischof von Bamberg zu ihrem neuen Herrn. Das Land ist leer im 11. Jahrhundert in Bayern. Nur etwa zweieinhalb Menschen leben auf der Fläche von einem Quadratkilometer. Heute sind es 177. Im Gebiet des heutigen Bayern mögen nicht mehr als 170.000 Menschen gelebt haben. In und um Bamberg waren es vielleicht 10.000. Aber gerade damals kommen die Dinge in Bewegung. Es wird wärmer. Was immer angebaut wird, bringt mehr Ertrag. Ein neuartiger Eisenpflug zieht nicht nur Furchen in die Äcker, sondern bricht die Krume auf und wendet den Mutterboden. Die Kraft dazu kommt aus dem neuen Kummet, einer Art Schultergestell. Mit ihm lässt sich die Kraft der Zugtiere, Ochsen und von jetzt zunehmend an auch Pferde viel besser auf den Pflug übertragen. Die Landbevölkerung wächst. Der dritte der Hunger, der vierte der Tod. Diese Reiter verkörpern all das Unheil, das immer wieder über die Menschen hereinbricht und das im 11. Jahrhundert jeder kennt. Ein Hinweis, dass das Weltenende gekommen ist. Der Tod ist nur das Ende des irdischen Lebens. Ob die Seele Folterquallen ausgesetzt wird oder himmlische Wonnen erfährt, diese Entscheidung fällt beim jüngsten Gericht. Gott beurteilt dann die Taten jedes Einzelnen. Er entscheidet über ewiges Leben im Himmel oder die ewige Verdammnis in der Hölle. Die Miniaturen der Bamberger Apokalypse erfassen ihre Figuren am dramatischen Höhepunkt ihres Tons. Die Augen und Hände sind stark vergrößert. Blicke und Gesten sollen deutlich machen, worauf es ankommt. Die Bilder zeigen, dass die Künstler sich eine Vorstellung von dem gemacht haben, was die Dargestellten bewegt, was in ihnen vor sich gehen mag. Das ist kraftvoll und neu. Die Erkenntnis der Künstler, dass der Mensch fähig ist, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Und es hat eine unglaubliche Wirkung. Der Betrachter ist direkt angesprochen. Er kann sich dem Gezeigten nicht entziehen. Die Angst vor dem jüngsten Gericht darf nicht lähmen. Sie kann im Gegenteil zu unglaublichen Anstrengungen und Leistungen beflügeln. Die Belohnung ist groß. Und Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen von Gott, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und er hörte eine mächtige Stimme vom Throne her, die rief, siehe, Gottes Wohnung unter den Menschen. Am Ende der Apokalypse und als höchstes Ziel im Glauben steht das Leben im himmlischen Jerusalem. In der Karwoche 1020 bereitet sich Bamberg auf das große Fest vor. Der Kaiser und der Papst werden gemeinsam das Osterfest feiern. Zum ersten Mal seit 150 Jahren reist ein Papst persönlich in die vier apokalyptischen Reiter. Der erste Reiter ist Christus selbst, auf seinem Siegesritt. Begleitet wird er von drei dunklen Rittern. Der zweite Reiter ist der Krieg, der dritte der Hunger, der vierte der Tod. Diese Reiter verkörpern all das Unheil, das immer wieder über die Menschen hereinbricht. Und das im 11. Jahrhundert jeder kennt. Ein Hinweis, dass das Weltenende gekommen ist. Der Tod ist nur das Ende des irdischen Lebens. Ob die Seele Folterquallen ausgesetzt wird oder himmlische Wonnen erfährt, diese Entscheidung fällt beim jüngsten Gericht. Gott beurteilt dann die Taten jedes Einzelnen. Er entscheidet über ewiges Leben im Himmel oder die ewige Verdammnis in der Hölle. Die Miniaturen der Bamberger Apokalypse erfassen ihre Figuren am dramatischen Höhepunkt ihres Tuns. Die Augen und Hände sind stark vergrößert. Blicke und Gesten sollen deutlich machen, worauf es ankommt. Die Bilder zeigen, dass die Künstler sich eine Vorstellung von dem gemacht haben, was die Dargestellten bewegt, was in ihnen vor sich gehen mag. Das ist kraftvoll und neu. Die Erkenntnis der Künstler, dass der Mensch fähig ist, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Und es hat eine unglaubliche Wirkung. Der Betrachter ist direkt angesprochen. Er kann sich dem Gezeigten nicht entziehen. Die Angst vor dem jüngsten Gericht darf nicht lähmen. Sie kann im Gegenteil zu unglaublichen Anstrengungen und Leistungen beflügeln. Die Belohnung ist groß. Und Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen von Gott, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und er hörte eine mächtige Stimme vom Throne her, die rief, siehe, Gottes Wohnung unter den Menschen. Am Ende der Apokalypse und als höchstes Ziel im Glauben steht das Leben im himmlischen Jerusalem. In der Karwoche der erste Reiter ist Christus selbst auf seinem Siegesritt. Begleitet wird er von drei dunklen Rittern. Der zweite Reiter ist der Krieg, der dritte der Hunger, der vierte der Tod. Diese Reiter verkörpern all das Unheil, das immer wieder über die Menschen hereinbricht und das im 11. Jahrhundert jeder kennt. Der Tod ist nur das Ende des irdischen Lebens. Ob die Seele Folterquallen ausgesetzt wird oder himmlische Wonnen erfährt, diese Entscheidung fällt beim jüngsten Gericht. Gott beurteilt dann die Taten jedes Einzelnen. Er entscheidet über ewiges Leben im Himmel oder die ewige Verdammnis in der Hölle. Die Miniaturen der Bamberger Apokalypse erfassen ihre Figuren am dramatischen Höhepunkt ihres Tons. Die Augen und Hände sind stark vergrößert. Blicke und Gesten sollen deutlich machen, worauf es ankommt. Die Bilder zeigen, dass die Künstler sich eine Vorstellung von dem gemacht haben, was die Dargestellten bewegt, was in ihnen vor sich gehen mag. Das ist kraftvoll und neu. Die Erkenntnis der Künstler, dass der Mensch fähig ist, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Und es hat eine unglaubliche Wirkung. Der Betrachter ist direkt angesprochen. Er kann sich dem Gezeigten nicht entziehen. Die Angst vor dem jüngsten Gericht darf nicht lähmen. Sie kann im Gegenteil zu unglaublichen Anstrengungen und Leistungen beflügeln. Die Belohnung ist groß. Und Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem vom Himmel herabkommen von Gott, geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und er hörte eine mächtige Stimme vom Throne her, die rief, siehe, Gottes Wohnung unter den Menschen. Am Ende der Apokalypse und als höchstes Ziel im Glauben steht das Leben im himmlischen Jerusalem. In der Karwoche 1020 bereitet sich Bamberg. Das Kind ist gestorben. Im 11. Jahrhundert nichts Besonderes. Ein Drittel aller Neugeborenen wird nicht mal vier Jahre alt. Gerade mal die Hälfte erreicht das zwölfte Lebensjahr. Die Erwachsenen können sich mit ihren Gefühlen nicht zu sehr an die kleinen Kinder binden. Sie sind bestimmt nicht gefühllos. Aber im dauernden Angesicht des Todes müssen die Familien zu einer Art Ökonomie der Gefühle finden. Musik Musik Nur jeder Zehnte erreicht ein Alter von 60 Jahren. Die Endlichkeit des Lebens wird ihnen tagtäglich vorgeführt. Musik Die Jagdgesellschaft des Bischofs ist auf dem Weg zurück nach Bamberg zur Hufe gekommen, um die Pferde zu trinken. Musik Alle auf dem Hof müssen der Herrschaft zu Diensten sein. Niemand braucht den unfreien Bauern zu sagen, was zu tun ist. Jeder weiß, was er der Herrschaft schuldig ist und kennt seinen Platz in der Welt. Musik Nicht eine Sekunde wagt einer der Bauersleute daran zu denken, jemanden aus der Jagdgesellschaft, etliche Priester, sogar ein Bischof darunter, um den Segen für das tote Kind zu bitten. Die Hufe? Ein willkommener Aufenthalt, nichts weiter. Die Menschen, die darauf leben, interessieren die Jäger nicht. Sie nehmen sie nicht einmal wahr. Musik Es gibt sie, die Unfreien, in ihrem Schmutz und ihrer Grobheit. Mit ihrer Welt, der Welt des Adels und der hohen Geistlichkeit verbindet diese armen Teufel nichts. Sie haben zu dienen und zu gehorchen. Musik Nach einer Viertelstunde ist alles vorbei. Die Jagdgesellschaftliche Erfahrung gewinnen soll, um später einmal Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Steine kommen aus weit entfernten Steinbrüchen. Auf Kähnen den Main hinab, die Regnitzfluss aufwärts, dann auf Ochsenkarren den Berg hinauf zur Baustelle müssen sie herangeschafft werden. Treffen sie auch rechtzeitig ein, damit den Maurern die Steine nicht ausgehen. Wird genügend gebrannter Kalk eingeschlemmt für den Mörtel. Alles könnte schneller und besser abgestimmt geschehen. Doch dazu reichen die Mittel nicht. Woher aber sollen diese Mittel kommen, wenn nicht vom König? Dieser hat seinen Besuch angekündigt. Was er vorfinden wird, soll, darf ihn nicht enttäuschen. Doch soll er selbst am besten darauf kommen, woran es für Bamberg noch fehlt. Heinrich II. ist mit seiner Gemahlin Kunigunde nach Bamberg gekommen, um dort der Weihe des Ecksteins beizuwohnen. Dieser besonders sorgfältig behaune Stein hat nicht nur eine tragende Funktion, er ist ein Symbol, ein Symbol für Jesus Christus. Denn in Petrus Brief steht geschrieben, der Herr selbst ist jener geheimnisvolle Stein, der zum Eckstein geworden ist und den gesamten Bau trägt. Eine gelungene Feier und daher so wichtig. Vor alle Augen und im Angesicht Gottes hat Heinrich bewiesen, dass er das Richtige tut und in der rechten Überzeugung. Ein Etappensieg, wenn man so will, auf dem Weg zur himmlischen Seligkeit. Aber auch in politischer Hinsicht bekommt Heinrich, was er will. Ein neues Bistum mit einem Vertrauten an der Spitze hilft ihm, sein Reich zu regieren. Den Verwandten Heinrichs ist die Gründung Bambergs ein Dorn im Auge. Das kinderlose Königspaar hat einen Großteil des Erbes der Kirche und dem Bistum Bamberg geschenkt und damit der Familie entzogen. Königin Kunigunde stiftet sogar ihr Brautgut. Das ist so eine Art Witwenversorgung. Doch Bamberg ist nur Teil eines noch größeren Plans. Hier auf der Burg Bad Arbach wird Heinrich II. 973 als Sohn des bayerischen Herzogs geboren und wird nach dem Tod des Vaters selbst Herzog von Bayern. Als König Otto III. kinderlos stirbt, hält Heinrich als nächster Blutsverwandter sich für den legitimen Nachfolger. Damit er nun König werden kann, braucht er die Reichsinsignien. Mit großem Gefolge in Bamberg eintreffen. Popo hat die Aufsicht über die Vorbereitungen. Nichts wird er dem Zufall überlassen. Die wichtigsten Bischöfe und Großen des Reiches sind gekommen, um gemeinsam mit Kaiser und Papst das Fest der Auferstehung des Herrn zu begehen. Dass es bei diesem Treffen in Bamberg auch um Interessenpolitik gehen wird, ist jedermann bewusst. Popo kennt die hohen Gäste, vor allem deren Gefolge. Sie sind Freunde, gemeinsam haben sie die Domschule in Hildesheim besucht, haben als Kapelan Dienst in der königlichen Kanzlei getan. Allesamt sind sie potenzielle Anwärter auf einen Bischofsstuhl, rekrutiert aus gerade einmal 170 Familien des Reiches. Sie haben eine Zukunft. Sie sind die Zukunft. Papst Benedikt VIII. kommt nach Bamberg, weil er die Hilfe Heinrichs in Italien benötigt. Umgekehrt sucht auch Heinrich nach Sicherheit für seine Neugründung Bamberg. Und indem er nun das Bistum dem Papst schenkt, entzieht er es den Versuchen seiner Widersacher, das Bistum nach seinem Tod aufzulösen. Das Bistum muss erhalten bleiben, damit die Erinnerungen an ihn wach bleiben. Die Angst davor vergessen zu werden. Die Angst davor, dass die guten Taten vergessen werden und dass es keinen Menschen mehr gibt, der für sein Andenken betet. Auch das ist eins der Motive Heinrichs für die Gründung Bambergs. Wenn aber jetzt Heinrich davon ausgeht, dass es nach seinem Tod bis zum Weltenende noch ein bisschen dauern könnte, wenn er also die Möglichkeit in Betracht zieht, dass sogar er vergessen werden könnte, hat sich da nie was verändert? Die Zukunft tritt als Möglichkeit ins Kalkül. Die Vorstellung einer Zeit vor der Ewigkeit hier auf dieser Welt, für die sich vielleicht sogar zu leben lohnt. Heinrich weiht Eberhardt in seine Pläne ein. Der erste Bischof Bambergs erfährt, dass es seinem kaiserlichen Herrn und Gönner nicht nur um die Festigung des Glaubens, um die Macht des Guten allein geht, sondern auch um seine Macht hier auf Erden, die er einsetzen will für sein persönliches Seelenheil. Für Popo macht das keinen Unterschied. Was an voller Gefahr? Wilde Tiere, Räuber oder feindlich gesinnte Nachbarn, wie die heidnischen Slaren. Wer in den Wald geht, tut das nicht zum Vergnügen. Der hat schon einen guten Grund, für den es sich lohnt, seine Angst zu überwinden. Denn die Angst sitzt tief. Starte! Der Schrei eines Keuzchens gilt als unheilbringend. Im dichten Wald ist es kaum auszumachen, ob Freund oder Feind kommt. Wer so gekleidet ist wie die Reiter, ist allemal der Herr. Herr über Wohl und Wehe, Leben und Tod. Also ist es besser, sich zu verstecken, nicht entdeckt zu werden. Waffenstarrende Reiter wie diese verbreiten meist Unheil. Wo sie erscheinen, bringen sie Krieg, Tod und Hunger ins Land. Fremde morden und plündern. Aber auch der eigenen Herrschaft ist nicht zu trauen. Der einfache Mann ist diesen bewaffneten Reitern schutzlos ausgeliefert. Für ihn sind sie ein nicht endender Albtraum. So sehen sie aus. Die Vorboten des jüngsten Gerichts. Die apokalyptischen Reiter der Bibel. Sie sind kampferprobt und gut gerüstet. Aber auch die Reiter haben Angst. Ihre Nerven sind zum Bersten gespannt, bereit, jeder Gefahr zu begegnen. Sie haben es eilig. Ihr Anführer heißt Eberhard. Seit Stunden ist er mit seinen Männern unterwegs. Noch vor Sonnenuntergang will er das Ziel, das Hochufer jenseits der Regnitz, erreichen. Seine Mission duldet keine Verzögerung. König Heinrich II. selbst hat ihn beauftragt, hier ganz in der Nähe eines der größten Projekte des Jahrhunderts zu verwirklichen. Ein neues Bistum und eine ganze Stadt soll Eberhard für seinen Herrscher errichten. Hier im Osten des Reichs ist das Ende der christlichen Welt. Eine Straße, die von Süden nach Nordwesten verläuft und wichtige Teile des Reiches miteinander verbindet, ist weit. An diese Vierung schließen sich an allen Seiten weitere, gleich große Quadrate an, die dann Langhaus, Querhaus und Chorraum ergeben. Die beiden Seitenschiffe sind exakt halb so breit. Der Anzahl der Quadrate kommt dabei symbolische Bedeutung zu. Eins ist Gott. Zwei sind die beiden Tafeln Moses. Drei sind Vater, Sohn und Heiliger Geist. Fünf sind die fünf Gebote der Kirche. Sieben Sakramente. Zehn Gebote Gottes. Schuss und so weiter. Messstab und gleichschenkliges Dreieck sind unverzichtbare Hilfsmittel auf der Bamberger Dombaustelle. Frau Janne, wenn ich jetzt der Fürst bin und Sie sind mein Baumeister und ich sage, da bauen Sie mir jetzt einen Turm hin, wie fangen Sie an? Zunächst muss ich mal schauen, was am Boden überhaupt ist. Das heißt, ich versuche eine Ebene zu machen. Dazu brauche ich viele Leute, die das abkramen. Schaufel, Krampen, Körbe. Und dann kann ich erst einmal weiterschauen, wie ich einmesse, wie mein Gebäude wirklich ausschauen wird. Gut, aber das macht ja die Ebene noch nicht plan, wenn wir uns überlegen, es soll plan sein. Ich habe als Haupthilfsmittel die Schwerkraft. Ich kann die Setzwaage nutzen. Ein Lot, das an einer Waage befestigt ist und mir dadurch auch eine horizontale angeben kann. Und das da ist so eine Setzwaage? Das ist so eine Setzwaage. Probieren wir es mal aus. Das heißt, wann ist das unten etwa plan? Wenn das Lot senkrecht hinunter geht, ich habe hier die Markierung, die mir zeigt, ob diese Linie die horizontale Ebene ist. Wenn man es mal festgelegt hat, weiß man immer noch nicht, ob der Untergrund auch was taugt. Das war im Mittelalter das große Problem. Die Menschen des Mittelalters haben hineingegraben, haben geschaut, wie ist der Boden beschaffen und dementsprechend mussten die Fundamente ausgeprägt werden. Das Beste war natürlich Fels. Wenn jetzt Sand, Kies oder gar Ton darunter war, dann musste man die Fundamente stärker, breiter bauen. Immer mehr Männer treffen auf der Baustelle ein. Allein kann Eberhard dieses Projekt nicht mehr steuern. Popo wird seine rechte Hand. Ein Grafensohn, der nach der Domschule nun praktische Erfahrung gewinnen soll, um später einmal Selbstverantwortung zu übernehmen. Die Steine kommen aus weit entfernten Steinbrüchen. Auf Kähnen, den Main hinab, die Regnitzfluss aufwärts, dann auf Ochsenkarren den Berg hinauf zur Baustelle müssen sie herangeschafft werden. Treffen sie auch rechtzeitig ein, damit den Maurern die Steine nicht ausgehen. Wird genügend gebrannter Kalk eingeschlemmt für den Mörtel. Alles könnte schneller und besser abgestimmt geschehen. Doch dazu reichen die Mittel nicht. Woher aber sollen diese Mittel kommen, wenn nicht vom König? Dieser hat seinen Besuch angekündigt. Was er vorfinden wird, soll, darf ihn nicht enttäuschen. Doch soll er selbst am besten darauf kommen.